Robert Schumann an Richard Pohl Düsseldorf, den 25. Juni 1851 Geehrter Herr, mancherlei Arbeiten, Neubegonnene wie Ältere Abzuschließende haben mich in der letzten Zeit nicht dazu kommen lassen, meine Gedanken auf den einen, unseren Luthertext zu konzentrieren, wie ich so gerne gewünscht. Nur das eine möchte ich Ihnen ans Herz legen, was mir immer klarer wird. Das Oratorium müsste ein durchaus volkstümliches werden, eines, das Bauer und Bürger verstände, dem Helden nach, der ein so großer Volksmann war. Und in diesem Sinne würde ich mich auch bestreben, meine Musik zu halten, also am allerwenigsten künstlich kompliziert kontrapunktisch, sondern einfach eindringlich, durch Rhythmus und Melodie vorzugsweise wirkend. Möchten Sie mir denn in diesem Sinne zur Hand bleiben, um bald mir mehr zu hören geben, wenn Sie eben noch nicht gleich kommen könnten? Nur noch eine Frage und bitte. Mir fiel ein, dass manche Ballade mit leichter Mühe und guter Wirkung als Konzertmusikstück für Solostimmen, Chor und Orchester zu behandeln wäre. Vor allem habe ich es auf des Sängersflug von Uland abgesehen. Aber es fehlt mir dazu ein Poet, der einige Stellen in die musikalische Form göße. Auf dem beifolgenden Blättchen, das in seiner Fassung freilich sehr ihrer Nachsicht bedarf, habe ich ungefähr angedeutet, wo das Original beibehalten und wo es geändert werden müsste. Dabei wünschte ich freilich, dass Uland'sche Metrum beibehalten und wohl auch die Sprachweise einigermaßen der Ulands angepasst. Hätten Sie vielleicht einmal Zeit und Lust an meine Bitte zu denken, wie dankbar würde ich Ihnen sein. In jedem Fall hoffe ich recht bald wieder von Ihnen zu hören und wie sich Ihre Pläne für den Herbst gestalten. Grüßen Sie Wenzel vielmal. Ich mache Ihnen wie auch Sie auf ein Buch aufmerksam. Sämtliche Dichtungen von Elisabeth Kuhlmann, 6. Auflage. Eine wahre selige Insel, die im Chaos der Gegenwart emporgetaucht. Ihr Ergebener Robert Schumann Applaus Applaus Vielen Dank.